Wo finde ich eigentlich Mr. Kramer hier? Den können Sie gar nicht finden. Er schickt nach Ihnen zur Audience. Das ist ja wie im Buckingham Palace. Sie sehen, ja. Er ist nicht mit uns. Er geht nicht mal auf dieselbe Toilette. Obwohl das wahrscheinlich für uns noch ein Segen ist. Das muss man gar nicht wissen. Willkommen auf Station 13, Donitz. Sie haben Glück. Die beste Station der ganzen Gesellschaft. Vorsicht! Haben Sie mich heute Nacht hier reingetragen? Nicht persönlich. War ja nur eine Frage. Wenn, hätte ich jetzt Dankeschön gesagt. Auf meiner Station ist es nicht üblich, meine Einladung abzulehnen. Gib's doch zu, du bist nach dem Mädchen genauso verrückt wie wir. Aber du bist so verklemmt, du brauchst einen Büchsenöffner, wenn du auf den Top gehst. Sie sind nicht nur zu alt, um sich etwas vorzumachen. Sie sind auch zu alt, um ihr etwas vorzumachen. Gehen Sie, fangen Sie sie. Ich verlange ja gar nichts. Wann hätte ich jemals etwas verlangt? Das ist die Wüste. Was? Das ist die Wüste. Wir sind alle zu lange hier.